. Bei schönstem Wetter befinden wir uns heute auf dem Zaffiger Hausberg am Heiteren Platz und wollen Ihnen eine kleine Übersicht über die XC-Reihe verschaffen. Vom kleinsten XC40 bis zum grössten XC90 erklären wir Ihnen die komplette SUV-Reihe von Volvo. Ausserdem sind alle drei SUV-Modelle im Entityor genau gleich aufgebaut. Das heisst, Sie haben eine grosse Bildschirm in der Mitte, die immer genau gleich zu bedienen ist. Vom kleinsten bis zum grössten kann man also alle bedienen, wenn man sich dabei auskennt. Wir fangen beim kleinsten SUV-Modell an, das ist der Volvo XC40. Im Moment ist er auch der beliebteste und unter anderem das Auto vom Jahr 2018. Was es zu dem zu sagen gibt, er ist auch in einer 1600er Motorisierung verfügbar. Für die, die es nicht so PS stark wollen. Der XC40 ist wie gemacht für die Stadt. Er ist wendig und trotzdem sitzt man höher oben und man fühlt sich dadurch sicher. Und er bietet, trotz dass er der kleinste ist, auch ein sehr gutes Ladevolumen. Für all die, die es etwas grösser wollen, ist der Volvo XC60 das optimale. Er bietet vor allem schon mehr Stauraum und ist genau für die Familie geeignet. Neben diesem Unterschied gibt es den Volvo XC60 auch in der Hybridversion. Das heisst mit einem Benzinmotor und einem Elektromotor zusammen. Das ist vor allem zum Benzinsparen eine optimale Sache. Wer noch mehr Platz braucht, dem empfehlen wir vor allem den XC90. Neben unendlich viel Stauraum bietet er vor allem auch sieben Plätze. Je nach Ausstattungsvariante, die Sie wählen, sieht der Kühlergrill anders aus. Übrigens, den XC90 gibt es auch als Hybrid mit einem Benzinmotor. Ich weiss, es ist nicht einfach, sich zwischen den drei Topmodellen zu entscheiden. Aber zum Glück gibt es ja uns von der Stierli Automobili AG in Zofigen. Wir helfen Ihnen ganz gerne, das richtige Modell mit der richtigen Ausstattung zu finden. Kommen Sie vorbei an die Luzerner Strasse 49 in Zofigen zu der Stierli Automobili AG. Wir beraten Sie gerne.